Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sauwaldkartoffelkäse. Der Sauwald, ein Gebiet in oberösterreichischen Innenviertel, ist bis weit über die Grenzen Österreichs für seine geschmacklich einzigartigen Knollen, den Kartoffeln, berühmt. Aus dieser Region stammt auch dieses Rezept, der Sauwaldkartoffelkäse, der besonders gut zu einem deftigen Bauernbrot oder Salzstangerl schmeckt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Sauwaldkartoffelkäse 500 Gramm mehlich kochende Kartoffeln, zum Beispiel typische Sauwaldsorten wie Goldsägen, Freya, ansonsten Agria, Bintje. Große Zwiebel, bunt frischen Schnittlauch, 150 bis 200 Gramm Sauerrahm, ersatzweise Schmand. 3 bis 4 Esslöffel zimmerwarme Butter, frisch gäriebenen Muskatnuss, Salz, frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle. Garnitur Bunt frischen Schnittlauch, etwas edelsüßes Paprikapulver, frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbürste, Dampfgarer oder ein Topf mit Deckel und Dämpfeinsatz. Messer, Schneidebrett, große Schüssel, Stampfer oder Kartoffelpresse, Kochlöffel. Zubereitung Vorbereitung Die Kartoffeln gründlich unter kaltem Wasser mit einer Bürste abschrubben und säubern. Das Gemüse in den Dampfgarer oder in den Dämpfeinsatz eines Topfes legen. Den Dampfgarer mit Wasser füllen bzw. die Kartoffeln im Topf mit wenig Wasser untergießen. Dann den Dampfgarer einschalten bzw. das Wasser im Topf zum Kochen bringen und die Kartoffeln für etwa 20 Minuten in der Schale weichdünsten. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und in sehr feine Würfel schneiden. Den Schnittlauch waschen, gut trocken schütteln und in feine, kleine Röllchen schneiden. Sauwald-Kartoffelkäse Die weichgekochten Kartoffeln so heiß wie möglich schälen und in eine Schüssel geben. Dann am besten mit einem Stampfer fein stampfen. Die Kartoffelmasse mit dem Sauerrahm sowie der Butter mit einem Kochlöffel, nicht mit dem Schneebesen, der Kartoffelkäse wird sonst leicht kleistrig, glatt und geschmeidig abrühren, aber nicht zu flüssig werden lassen. Die Zwiebelwürfel sowie den Schnittlauch zugeben und gleichmäßig unter den Kartoffelkäse rühren. Den Sauwald-Kartoffelkäse herzhaft mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz sowie Pfeffer würzen. Dann je nach Belieben mit dem Paprikapulver leicht goldgelb bis orange einfärben und würzen. Den Kartoffelkäse mit Frischhaltefolie abdecken und abkühlen sowie durchziehen lassen. Fertigstellung Ist der Sauwald-Kartoffelkäse ausgekühlt, falls er zu fest ist, noch etwas Sauerrahm unterrühren. Den Sauwald-Kartoffelkäse nochmals mit Muskatnuss, Salz sowie Pfeffer abschmecken. Zum Servieren den Sauwald-Kartoffelkäse dick auf eine mit Butter bestrichene Scheibe Bauernbrot streichen. Dann mit etwas Paprikapulver bestauben und mit frisch geschnittenen Schnittlauchröllchen garnieren. Alternativ zur Selbstbedienung am Tisch den Kartoffelkäse in einer Schüssel mit Schnittlauch garniert anrichten. Mit Butter, extra gereichtem Schnittlauch sowie Paprikapulver und Pfeffer in der Mühle zu Bauernbrot, Salzstangen oder einem anderen Gebäck servieren. Noch einige Tipps Will man wie der Autor den Sauwald-Kartoffelkäse nicht zu fest, noch nach dem Erkalten noch etwas Joghurt, Buttermilch, Creme-Fresh oder Sauerrahm, Schmand, bis zur gewünschten Konsistenz einführen. Der Sauwald-Kartoffelkäse eignet sich hervorragend für kalte Buffets oder für zwischendurch bei Partys und Grillfeten. Brotaufstrich für In Scheiben geschnittenes, mit Butter bestrichenes, frischgebackenes oder vom Bäcker besorgtes Bauernbrot, in Wirtler Bauernbrot mit Sonnenblumenkernen, Roggenbrot, Kartoffelbrot oder einem anderen herzhaften Brot je nach Geschmack. Frischgebackenes oder vom Bäcker besorgtes Kleingebäck wie zum Beispiel Salzstangerl, Mohnflässerl, auch Mohnflässerl, Winschgerl, Wachauer, Laugengebäck, Laugenbrezeln, Waldviertler, Bierstangerl und Co. Selber gemachtem oder vom Bäcker besorgtem frischem Bargett, Zierbatter oder Weißbrot. Diese Varianten gibt es.